Und ein Moinzen zum Preview-Podcast, zum Spiel gegen den 1. FC Heidenheim, dem ersten Spiel nach der Winterpause, zur, ja, man kennt ihn, zur ganz tollen Anpfiffzeit, Anstoßzeit, 18.30 Uhr, Mittwoch, den 29. Januar, warum sollte man auch ganz normal an irgendeinem Wochenende rein starten, ne? Muss ja nicht sein. Genau, ich gehe mal so ein bisschen noch durch, was so passiert ist, habe mich ja zum Trainerwechsel nicht gemeldet, weil ich jetzt, ja, gab es kein großes Diskussionsthema. Am 23. Dezember, ja, auch ein schöner Zeitpunkt, um den Trainer zu sagen, nee, das war's, oder halt das offiziell zu machen, wurde Tim Walter entlassen, nach den Statements raus. Klar haben wir es jetzt so formuliert, dass es klang, als wäre es halt spielerisch und so weiter nicht weitergegangen, was es vermutlich auch nicht wäre, zumindest spätestens in der Bundesliga wäre es vermutlich so nicht weitergegangen, aber ich denke, zwischen den Zeiten lässt sich lesen, dass es eher irgendwelche Vorwände waren. Ich glaube ja, dass es da zwischenmenschlich ein bisschen gehakt hat, ob es jetzt zwischen Walter, Hitzesberger und Missland hat ist oder nur zwischen Walter und Missland hat oder nur Walter und Hitzesberger, wer weiß, keine Ahnung, kann ja nichts unterstellen, hab da ja keine Fakten, aber das klingt schon sehr so, oder es kommt schon sehr so rüber, es wäre es einfach nur zwischenmenschlich gewesen und nicht mehr wirklich wegen der Tabellensituation oder sowas, es sind eigentlich nur Vorwände gewesen, glaube ich. Dann direkt am 1., nee, nicht am 1., am 1. war was anderes. Am 30. Dezember, noch kurz vor Neujahr, wurde dann Pellegrino Matarazzo verpflichtet, dass neuer Cheftrainer, den vermutlich auch so ziemlich, ja, aus so ein paar krasse Experten, was das angeht, keine Sau kennt und auch keine Sau erwartet hätte. Viele haben ja schon gebetet, dass es dann keiner wird aus der Riege anfangen und Co. Wurde es dann auch nicht. Pellegrino Matarazzo relativ, ja, für den normalen Fußballfan, für den normalen VfB, wenn ein unbeschriebenes Blatt kommt von Hoffenheim, war das, soweit ich das jetzt weiß, als Co-Trainer bei Unterm Nagelsmann, jetzt, glaube ich, auch Unterm aktuellen Trainer, Co-Trainer, wollte oder sollte eigentlich auch mit Nagelsmann mit nach Leipzig, das hat Hoffenheim aber unterbunden. Und jetzt haben sie ihn dann doch zu uns ziehen lassen, wo er jetzt der Cheftrainer wird. Ich glaube, eine Ablöse ist auch geflossen, die sollte wahrscheinlich nicht so hoch sein, irgendwie ein paar hunderttausend, ich weiß auch nicht, bin mir gerade auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, da ist eine Ablöse nach Hoffenheim gegangen. Wie gesagt, kennt man nicht den Typen. Wie man in den Trailer sehen wird, wo ich ein paar Schnipsel reingepackt habe, weil ich dieses Mal halt das schon am Sonntag mache, oder jetzt, ja, Samstag, aber jetzt haben wir eben gerade 0 Uhr, deswegen auch irgendwo Sonntag, 25. oder 26. Januar, schon den Trailer gemacht habe jetzt und geplant habe auf den Dienstag und jetzt eben so den Podcast, den er auf Montag geplant ist. Das heißt, ich kann nichts über PKs oder sowas reden, weil es zeitig nicht klappen will. Ich habe gerade von der Uni zwei Abgaben schon gehabt. Die dritte kommt dann eben am Dienstag, dann fahre ich heim für den Geburtstag von meiner Schwester und meines Vaters und dann geht es wieder weiter mit noch zwei Klosuren. Also wir haben drei Abgaben, so ein bisschen Studien-Talk, drei Abgaben gehabt. Jetzt am, was war es jetzt, am 20., 22. und jetzt dann eben am eigentlich 29. Januar, aber am 28., weil ich halt schon heim war, für den Mittwoch, für alles drum und dran und natürlich auch das Spiel. Und dann geht es weiter mit noch zwei Klosuren, einmal am 6., einmal am 11. Genau, das ist so meine Prüfungsphase. Deswegen ist jetzt keine PK mit drin, weil die wird vermutlich jetzt am Montag oder vielleicht sogar noch erst am Dienstag stattfinden. Das klappt nicht mehr, das ist eigentlich und lohnt sich nicht, diesen Stress zu machen wie ein 10-Sekunden-Clip oder sowas, 8 Sekunden oder sowas von der PK. Ja, ich habe andere Schnipsel drin von einem Interview mit StugiTV. Da spielt das Spielstil auch wieder auf Kontrolle aus, aber weniger auf Ballbesitz, sondern eher einfach Kontrolle durch das Spiel und Dominanz durch das eigene Spiel und nicht durch Ballbesitz. Bisschen mehr Offensivfußball, Umschaltfußball. Trotzdem schöne Kombinationen, hat man auch gesehen und wird man auch sehen in meinem Video und hat man halt auch gesehen aus dem, was dann Leute netterweise auf Twitter hochgeladen haben von dem Testspiel gegen Dresden. Die anderen beiden Testspiele gab es ja auf YouTube, aber das gegen Dresden nicht, aber gab es auf jeden Fall eine VfB-TV-Zusammenfassung. Also hat das jemand da rausgeholt oder halt zusammengeschnitten und auf Twitter hochgeladen. Da sieht man, dass auf jeden Fall schöne Kombinationen am Start waren. Klar, es war gegen Dresden, die sind letzter in der Liga und auch alles nur Testspiele. Deswegen, wir hatten schon oft genug, dass wir durch Testspielphasen locker durch sind, alles gewonnen haben, aber am Ende lief es dann trotzdem nicht gut in der Rückrunde oder in der Hinserie. Aber das sah schon mal ganz nett aus, aber ich kann mir noch absolut, um ehrlich zu sein, kein Bild davon machen, wie der Fußball spielen lassen wird und wie das dann aussehen wird. Dann, das ist nämlich am 1. Januar passiert, der Abgang. Askasi war wechselt zu Berlin. Für, boah, da streiten sich ja auch alle, ob es jetzt 10 waren oder ob es dann doch 14 waren, irgendwo zwischen 10 und 14, glaube ich. Oder zumindest kann es, glaube ich, mit Bonis in manchen Berichten auf 14 steigen. Auf jeden Fall eine gute Ablösesumme, weil man halt einfach in der Liga 2 ist. Deswegen muss man es jetzt gute Ablösesumme nehmen. Haben ein bisschen Profit gemacht. Ich glaube, den haben wir damals für 8 Millionen geholt, noch unter dem Rest. Vor der ersten, erstiger Saison quasi, wieder vor der 17, 18er Saison. Ja, ist jetzt schade, aber es ist jetzt halt zumindest in, was er bringt an Qualitäten, Kampf, Laufstärke und 100% geben, das findest du, böse gesagt, auch öfter, aber trotzdem absolut sympathisant, Fanliebling durch und durch. Deswegen ist es schade, aber sonst haben wir im Kader auch genügend 6er oder 8er oder wie auch immer, der das spielt oder gespielt hat. Das hat ja auch immer wieder variiert. Mal war er hinten, mal war er doch vorne aufzufinden. Da ist er halt dann doch ersetzbar. Und dann auch mit so einer Ablösesumme kann man das dann mal machen. Und dann kam, es gab natürlich noch, was Transfers angeht, dieses Getue da mit 3 Wochen oder 4 Wochen, das war der Philipps zurück nach Liverpool. Ich glaube, 2-3 Mal auf der Bank, einmal auch gespielt, dann wieder zurück. Kann man es nicht wirklich als Transfernews nennen oder sowas. Aber richtige Transfernews kam am 8. Januar und auch die einzigen bisher. Mal gucken, ob da noch was getan wird. Aber irgendwie, ja, 33. ist, wenn ich jetzt mal so spontan gucke, sogar kein Zeitgefühl gerade gefühlt, ist nicht mehr lange hin. Mal gucken, ob sich überhaupt noch was tut. Hamburg und so, was heißt Hamburg und so. Also ich sehe es nur zuvor, Hamburg, dass die zulegen und Leute holen mal gucken. Ich habe jetzt auch schon Tweets gesehen mit irgendwelchen Best-ofs quasi von bescheuerten und schlechten Wintertransfers. Also vielleicht braucht es das auch gar nicht. Vielleicht sagt der Trainer, jo, wir haben alles, es passt. Und wir haben eigentlich auch einen Kader, mit dem wir so aufsteigen würden. Und es wirkt nur ein bisschen komisch, wenn dann die Konkurrenz aufrüsteten wir eben nicht. Das Einzige, was den einzigen Jungen, den wir verpflichtet haben, das gab es, glaube ich, auch schon im Sommer die Gerüchte und gefühlt auch schon im Winter davor, ist Darko Kolinov, wenn ich das richtig ausspreche. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. So 19, 20. Auf jeden Fall auch ein junger Typ, Talent kommt von Köln. Wird nachgesagt, dass er auch von Leuten halt von Köln, ich kann immer nur von Twitter reden, beste Infoplattform überhaupt. Was Insider angeht, natürlich, je nachdem, wie man denen halt Glauben schenken kann. Aber der auf jeden Fall gut kicken kann. Auch auf jeden Fall Bock auf diesen Verein hat. Das hat man gesehen, in den ganzen Posten und so weiter. Das konnte man ihm wirklich abnehmen, dass er Bock hat auf diesen Verein. Und es sind auch irgendwelche Bilder, wo er da mit 10, 11 Jahren und so was im VfB-Trick oben hockt. Also auf jeden Fall, das kann man ihm wirklich mal abnehmen. Es gibt ja oft so vorformulierte Scheiße, die irgendwer hochlägt. Das kann man wirklich auch abnehmen, dem Jungen. In Köln wird ihm halt nachgesagt quasi, ja. Also deswegen wurde es auch so schwer gemacht in Seoul. Hat da Ewigkeiten gedauert. Dass er halt echt richtig was drauf hat, aber so ein bisschen noch ein schwieriger Charakter ist. Mal gucken. Da hat man jetzt ja genügend von Maffeo und so weiter. Maffeo ist auch noch ein lustiges Beispiel, wie da ja einfach Messi irgendwann vor kurzem, als er angesprochen wurde, oder das heißt vor kurzem, vor ein, zwei Wochen, als er angesprochen wurde, wer sein schwierigster Gegenspieler war aller Zeiten. Da hat er gesagt, ja, boah, keine Ahnung. Kann ich mir jetzt nichts denn noch sagen. Wer mir gerade so spontan einfällt, ist der Typ von Girona, das war der Maffeo damals, aus dem Man City nach Girona, bevor er zu uns gewechselt ist, von Cityfix. Und das ist schon lustig. VfB-Flop ist Messi schwierigster Gegenspieler, weil er anscheinend ihm nonstop auf den Füßen stand, total nervig war und er immer an ihm dran klebte und so weiter und bla bla bla. Nur so eine lustige Randgeschichte. Und dieses Spiel gegen Heidenheim, direkt absolut wegweisend und wichtiges Spiel, so wie jedes, weil wir einfach als dritter Platz aktuell, böse gesagt, nicht aufsteigen. Hamburg-Spiel gegen Nürnberg am Donnerstag, im Top-Spiel der 2. Liga Donnerstags. Überragend geil. Ja, keine Ahnung. Nürnberg ist, ich weiß gar nicht, ob man das denken kann, dass sie sich gefangen haben. Eigentlich ja nicht, aber Nürnberg ist halt immer noch ein Klub mit Namen. Haben auch ein paar Neuzugänge geholt, soweit ich weiß. Auf jeden Fall waren sie, glaube ich, auch aktiv. Keller für mich immer noch kein schlechter Trainer. Mal gucken, ob die irgendwie in Hamburg den Punkten abnehmen können. Bielefeld, wo sind sie, spielen zu Hause gegen Bochum. Boah, weiß nicht, wie die hochteile Chance ist, dass der Bochum den Punkten abnimmt. Und Heidenheim, unser direkter Gegner zu Hause. Sollten wir tatsächlich, was ich nicht hoffe und auch nicht erwarte, ist immer dieser erste neuer Trainer und erstes Spiel und bla 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 Effekt alles dabei. Und natürlich Heim, Spiel auch noch immer dazu. Sollten wir wirklich verlieren gegen Heidenheim. Es sind erstmal die vorbei, die haben dann 33 Punkte, wir haben 31. Dann kann Aue noch in Wiesbaden gewinnen, was ja nicht allzu unrealistisch ist. Und dann haben die 32 Punkte und sind auch vor uns. Dann sind wir Fünfter. Wenn Hamburg und Bielefeld gewinnen, hat Bielefeld 37, Hamburg 34. Wir stehen da mit 31 und Heidenheim mit 33 und Aue mit 32. Da haben wir zwar eine schöne Hochleserei, 31, 32, 33, 34. Aber wir sind auf Platz 5 dann. Also das darf auf jeden Fall nicht passieren. Direkt ein sehr wichtiges Spiel. Aber wie gesagt, neuer Trainer-Effekt und so weiter und so fort. Ich denke, wir werden das schon irgendwie wuppen und das Spiel da irgendwie gewinnen. gegen Heidenheim mal gucken, wie voll es wird. Bin ich mal sehr gespannt drauf. So Mittwoch, 18.30 Uhr, das ist nicht unbedingt die geilste Zeit. Mitten in der Woche, dann ist es so scheiße früh. Aber sind wir mal gespannt. Sind wir mal gespannt, wie er dann spielt. Und wer dann bei ihm auf dem Platz steht, hat er auch mit Dreierkette was ausprobiert. Wo dann Karasow auf einmal in der Mitte war. Weil, das kann man auch noch... Das ist keine Transfer-News, aber was halt in der Winterpause passiert ist. Patschobr fällt man wieder aus, man kennt ihn. Vielleicht legt man da noch in der Innenverteidigung irgendwie nach. Das wäre für eine Idee. Oder irgendwo einen vorne. Auch wirklich haben der das Tor trifft, böse gesagt. Weil das hat schon ein bisschen gefehlt. Aber werde ich mich auch in gewisser Weise selber überraschen lassen, was der Materazzo dann da als Startelf hinzaubert gegen Heidenheim. Danach geht es weiter nach Pauli. Okay, Auswärtsspiel. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Je nachdem, wie ich halt da zu Hause bin oder nicht. Ob ich da eine Reaktion bringe. Meine typische Livestream-Reaktion bringe. Dann geht es zu Hause gegen Aue. Bochum auswärts. Ist ja richtig schön. Montagabendspäter gibt es auf jeden Fall. Ne, stimmt. Das ist schon in der Phase, wo ich gar nicht mehr... In Ansbach bin. Weil diese Phase ist am 14. vorbei. 14. Februar. Da ist die Phase offiziell vorbei. Also halt die Prüfungsphase. Dann hat man Monat frei. Da werden wir vom 17.2. bis zum 14. oder 15. März. Weiß nicht genau, wann es da datiert ist. Wann es da aufhört. Ein Ferienjob. Deswegen werde ich da wieder in Rommelshausen sein. Das heißt, da gibt es keine Livestream-Reaktion drauf. Merke ich gerade. Aber wo es eine geben wird vermutlich. Auch wenn es ein Tag vor der Klausur ist. Aber es juckt er überhaupt nicht. Ist dann... Wann ist denn das? Dann nach dem St. Pauli-Spiel am 5. Müsse es sein. Das Auswärtsspiel in Leverkusen. Das Pokalspiel. Kann man direkt mal sehen, wie schnell der Matarazzo sein Zeug implementiert hat. Was er in die Mannschaft kriegen will. Und ob das dann schon was bringt. Gegen einen Bundesligisten, der definitiv da oben in Richtung Europa oder vielleicht auch sogar Champions League Ambitionen hat. Bin ich mal gespannt drauf. So ist der grobe Plan. Sonst halt natürlich die Heimspiele. Außer mir kackt da irgendein Dienstplan dazwischen. Aber ich glaube oder hoffe es einfach... Aber wenn man nicht... Gehen wir vom Besten aus. Und dann 29. Februar ist das nächste. Da geht es zum Auswärtsspiel nach Fürth. Da würde ich auf jeden Fall irgendwie blocken müssen. Sollte ich da eingetragen sein. Aber ich denke es sollte in Ordnung sein. Ich glaube einen Tag habe ich auch irgendwie frei. Denn pro vier Wochen kriege ich glaube ich einen Tag frei. Wie auch immer. Auf jeden Fall Starauswärtsspiel am Start. Da gibt es wieder einen Auswärtsspiel-Vlog. Sonst halt die gewöhnlichen Heimspiel-Vlogs. Im Normalfall. Wie gesagt. Außer da gibt es irgendwelche Zuteilungen oder so weiter. Dass es überhaupt nicht geht. Aber da 29. Februar 13 Uhr in Fürth. Das Auswärtsspiel wird mitgenommen. Und sonst. Geht es dann ins Spiel gegen Heidenheim. Am Mittwoch. Also für euch in zwei Tagen. 18.30 Uhr. Sagen wir mal gespannt. Damit danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.